Ich grüße euch aus Karlsruhe. Mein Name ist Chris Böhm. Das ist El Migos. Wir werden heute einen neuen Weltrekord aufnehmen. Ich habe bereits einen. Sie wird die Zeit stoppen und er wird probieren, die meisten Backflips in einer Minute hinzubekommen. Und das ist unser Publikum hier. Hier sind die Richtlinien. Erstens 30 Meter. In der Mitte steht die Rampe. Diese Linie zeigt an, sobald er diese betritt mit dem BMX-Rad, fängt die Minute an. Auf die Plätze. Fertig. Und los! Das war der erste Wechsel. Zweiter Wechsel. Das war der dritte Wechsel. Der vierte Wechsel. Wechsel. Weiter. Jawohl. Der fünfte Backflip. Sieh. Sieh, sieh. Das war der sechste Backflip. Auf sieh, sieh. Sieh. Siebster Backflip. Auf sieh. Das war's für heute.